Mein Netzwerktipp ist ein für mich überraschendes Werkzeug gewesen, als ich das kennenlernen durfte. Ich habe eine Telefonanlage kaufen wollen von einem Siemens-Vertreter. Und eine Viertelstunde bevor er bei mir war, rief er mich an und sagt, Herr Fiedler, hier ist der Mario Kloas von Siemens und ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen. Und dann habe ich, okay, ich habe erwartet, dass Sie pünktlich sind. Und dann kam er zu mir, war also um drei bei mir und sagt, Herr Kloas, jetzt müssen Sie mal eine Frage beantworten. Warum haben Sie mich angerufen, eine Viertelstunde, bevor wir unseren Termin haben? Ich sage, Herr Fiedler, das ist ein relativ einfaches Ding. Wenn ich zum Kunden komme, bin ich meistens fünf Minuten eher da. Dann sagt die Sekretärin, setzen Sie sich mal hin. Der Chef hat gleich für Sie Zeit, ich kriege dann noch einen Kaffee. Und meistens hat dann der Chef noch zehn Minuten zu tun und ich bin dann so Viertel, vier bei dem im Termin. Wenn ich das fünfmal am Tag mache oder sechsmal, sind anderthalb oder zwei Stunden meiner Arbeitszeit verloren. Und deswegen rufe ich eine Viertelstunde eher an. Dann freuen Sie sich schon auf mich, sind auf unser Gespräch vorbereitet und wir können pünktlich um drei starten. Das spart mir am Tag mindestens eine Stunde Zeit. Und wenn man das im Monat hochrechnet, habe ich viel mehr Zeit, mich um meine Kunden zu kümmern. Der Netzwerktipp von Jens Fiedler, BNI Südost. Dankeschön. Vielen Dank.